6 gar nichts wert wie so ein was alle und spaß ey das ist immer so wenn du richtig pornt oh da sind sie machen sie mal Tower Down ja und dann auf Twitch ok Trindamere wäre auch echt hilfreich wenn es immer ein bisschen besser bringen wäre scheiße man hol den Trindamere jetzt gleich ok das bist du tot oder so nein ah bist tot ne da war ja nicht so viel gebracht irgendwie zweiter Tod er hat sich der Tutsch voll viel Geld hoffentlich wird hat sich noch egal in der Leibniz durch am über die erpackt und schäferte was heißt nicht mehr in einem Top-Land Scherz die Top-Land Kacke er guckt mir mit Geli und den nur ein paar Dinge ja er war ein Bruder schütteln mehr als er so lehrten auch op ja jetzt den komischen ja die haben die Nubes, wir haben die Nubes Twitch, der überzieht sich ja genau Twitch aus der Mitte, man, das läuft ja echt, ey, das lagerst du, man, pass mal auf, ey pass mal auf, bitte vergeht gar nicht, wenn, aber jetzt jetzt drauf, 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 ich komme, drauf, schadet den, schadet den oh mann sind die jetzt beide weggeportet ja oh Gott ihr seid echt zu langsam inkompetent, ey ja, mein Internet ist auch wirklich zu langsam, streite ich nicht ab das ist mal eins, Fabi ich dachte, du hast das kannst du spät den beschissenen BUFF? ja, glaube ich echt bei dir ich will dann auch unten muss wer hin porten, bitte ja, ich hab kein Port, geh mal mehr runter ja, gehst du bitte wieder runter, bis am nächsten Don ja, ich geh gerade in die Mitte oh, Alter also, oben ist von der Tower Down gegangen ja, ich hab keinen Port, das bringt jetzt nichts ich mein Alex, ich mein Alex ja, ich weiß nicht, was die da oben zu dritt machen, wenn da eh kein Tower mehr ist oh, ja, klasse, Tower Down, ey alter ist ja, na, das hat er jetzt auch down cool okay, Alex drauf ja, auf Twitch hat nur noch nicht so viel Mana doch, jetzt hab ich ja mal oh, und es laggt ja, geh doch drauf oh, was hat sich geblitzt so invisible mit dieser Internetleistung könnte ich echt einmal auf meinem Laptop drauf kotzen mach mal ja, Phil kotzt nö 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 ähm, Christo good on my way na, junger, jetzt hat sie mich hat sie mich tanzen lassen, die Fortseite äh, ein Schilder egal, die eine ist unten langgegangen, die könnten wir noch kriegen okay die könnte hier noch irgendwo sein Dach ja, Christo, ne ja, nochmal krieg die boah, wer macht so viel Damage jetzt wird's eingesetzt ja scheiße ja wer 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 Cent was törb ja, wieso bist du tot weil du kacke bist ja, weil sie sagt ans seite, weil Gang von Twitch Ich hab's doch überhaupt nicht angesagt, dass die da jetzt einen Tower down machen. Hab ich dann nur mit meinen Adleraugen erblickt, aber sonst hätte man's gar nicht mitgekriegt. Schon bis zum Base Tower durch ist echt arm, ey. Das ist echt scheiße, die Top-Lane. Einfach nur kacke. Fehlen einem die Worte, wie scheiße das ist, ey. Mann, oh Mann. Und jetzt kommt so overfeeded einen Top-Laner mit. Ja, aber das will dich backporten, das ist gut. Ja, wollte ich auch. Ja, kannst du ja mal irgendwer mitte deffen, ich will hier mich von was kaufen. Mach dein Ulti gleich, komm, wenn ich... Ah, ran, ran und ulti, ran und ulti. Hier, ich bleib hier. Wer, ich? Ran und ulti! Jo, 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 jo. Habt gar kein Irmle, ey. Ach, scheiße, er hat doch einen Rage. Habt kein Mal, hab ne Clarity. Ich bin back. Fabio hat noch Kampfeskraft in sich, hier. So, auf dich, auf dich. Ist ja egal, die hast du noch einen AP, ne? Echt, ist der weggekommen? Er ist weggekommen. Hat sie geht? Ja, hat sie geht. Leute, wo bin ich denn geschlafen? Oh, ja. Wer mich gefehlt? Twitch, hinter euch. Oh, er ist tot ja. Und der kriegt die auch noch, ey. Oh, was macht der da schon mal für einen Scheiß? Oh, Twitch. Oh Gott, ey. Oh, krank, wann das jetzt? Nee, aber sie hat noch wegen gekriegt, aber trotzdem. Ey, Twitch hat jetzt auch zu viel Geld langsamer. Er hat sich auch schon einmal gekillt, hat er 600 gekriegt hat. Das hat er noch mal 400 gekriegt. Aber uns hat viel mehr, Mann. Der hat zehn Assists, unsere drei Kills. Aber nicht von so hochwertigen Typen. Ey, meine Waffel essen. Auf diesen Schock hier, der Top Lane hier. Echt bitter? Ja, ey. Ja, ne, das... Na, mit zu abfucken von euch? Da hat gar nichts mit Top Lane zu tun. Mir kann ich nicht ahnen, dass der Typ schon hinten kommt. Ja. Doch. Ja, konnte ich eben auch nicht ahnen, als ich da gestorben bin. Doch, konnte es. Seit durchkommst. Doch, konnte es. Kann man auch ahnen. Das war gerade einfach nur Scheiße da, da mit. Ja, müsste aber... Ohhhh. Jetzt bist du ready, Fabi, ne? Fabi, geht doch mal zurück. Komm. Scheiße. Vielleicht kann ich wieder, wenn sie stunnen. Ja, ich komm jetzt. Rauf, hams doch so. Rauf, rauf, rauf! Rauf! Merk auf'n Twitch. Geht doch. Meiner auch. Wär ich gar nicht drauf gegangen, hätte sich Alex wieder beschwert, dass ich nicht draufgebe. Ja, ich hab auch gesagt, drauf. War auch okay so, Mann. Wenn ich noch mal sage, drauf, dann kannst du ruhig rauf gehen. Ne, wär ich gestorben, wär ich noch mal draufgegangen. Ja, und? Power. Zum Bilde der Allgemeinheit. Ich stun, ey. Und überlebe ich. Alles in Ordnung. So, Achtung, Power. Heimberdinger. Links, links, einer nach links. Alter, Alter. Ja, ich geh doch hin, Mann. Ja, du Achtung, Heimberdinger, mach doch nicht so'n Stress, wenn du hingehst. Ja, Haas, heim. Ja, ich geh auch. Ich sag, du, nur an, was der da ist. Komm, ich schneide mir jetzt den Weg auf den Homo ziehen, einfach, ey. Ja, er ist noch da. Ja, der ist voll down, ey. Aber Fabi macht ihm da auch keine Angst. Ne. Verstehe ich ja auch. Fabi stirbt. Ich glaube, ihr holt den. Nicht. Ja, der ist down. Alex, ein Hit. Ja. Gute Vorarbeit geleistet, oder? Ja, jetzt holen. Gut. Schade. Ach so, das ist unser Twitch, ich dachte schon. Von denen ist da. Gut, der Hut ist da. Und Schuhe sind direkt auch noch drin, wunderbar. Ja, der von denen ist ja voll OP. Da hat er ja übelst recht. Ja, die haben auch gefischt, unser Lane. Die Sona ist auch voll OP. Die Sona ist richtig stark, die ist. Ja, weil wir gut waren. Ihr wart scheiße, deswegen sind sie bei euch gut. Ja, das ist auch so. Na, so gut sind sie bei uns jetzt auch nicht. Ja, doch. Sind sie auch nicht. Ja, warte mal, links zwei Tower weg. Ach, doch sind sie doch wohl, ne? Na, es liegt aber an Galli und an Timer-Dinger. Ja, das sind die Obercharso gesehen. Ja, das liegt auch am besten an euch. Ah, da ab. Oh, schattet. Sag, ich hab ich mich verkauft, ey. Wollt ich gar nicht. Ja, da, wie blöd bist du, bist du. Und mir erst den Eifer holen. Go. Auf die Foxen-Knöcke, rauf da! Go! Ja, ich bin auch dabei. Gleich. Zehn Minuten. Hau dich weg! Oh, Twitch! Oh, Twitch! Nein, 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 Twitch! Oh, fuck. Galio, Twitch ist noch da! Ich bin down. Twitch ist immer noch da! Mach's der Teckel. Geh auf Twitch, oder? Ne? Sehr schön. Scheiß die Eime, Dinger. Ja, hast du, hast du. Ja, hast du, hast du. Spass. Spass, genau. Und jetzt, jetzt, jetzt. Die Sona auch noch. Ja. Junge, hast du gesoffen? Geh auf die Sona drauf, du läufst weg! Schau ihn mal an, jetzt zützt sie mich. Hä, hast du gesoffen, Mann? Die macht da keinen Schaden! Ja, die hat kein Geld! Mach das dann! Oh, du bist so ein Opfer! Ja, läuft halt. Die macht keinen Schaden! Mach Autotecks! Ja, mach ich halt Autotecks, wenn du stirbst, ne? Jetzt, äh, äh, äh! Jaaa! Alter, ey! So, macht hier mal keinen... Spass, das war der größte... Das war der größte Scheiße, ich je in meinem Leben... Ja, ey, zwischen Magier. Das war der größte Scheiße, ich je in meinem Leben gesehen habe, Alter. Das war der größte Scheiße, ey! Scheiße, die reißen, ey! Ey, du läufst von der Sona weg, die hier! Warte mal! 0,9 an, ey! Oh, ho, 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 ho! Ja, das war auch ganz schlecht! Oben können nur richtig puschen. Mann, oh, Mann! Ho, 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 ho! Ja, lass mal oben bisschen puschen! Ja, lass mal oben bisschen puschen! Ja, lass mal oben bisschen puschen! Ja, lass mal einen Scheiß Ulti machen konnten, ey! Was geht's da? Twitch! Ja, sehr gut! Ja, sehr gut! Sie können da ja sprinten? Und zwar sprinten? Ja, passt auf die Kanonen, auf die machen Schaden über Zeit! Boah! Pass auf die Kanonen, auf die machen Schaden über Zeit! Nee! Geh du nicht auf die Kanonen! Gott, 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 ey! Manchmal denke ich mir bei euch, what the fuck, ne? Äh, läuft da oben noch was? Ja, ich den schon im jetzt! Ja, läuft noch viel! Ich glaub, der ist weg! Geh mal auf heim, Dinger! Ne, klasse! Ah, ne, ist da! Fuck! Boah, ich hab's mit den Stunts echt raus! Ah, fuck, der Tower ist jetzt auch schon weg, ne? Fabian, hast du Ulti? Nee! Nee! Oh, lauf doch, du mir Stück Scheiße! Ey, das macht mit Sona, da willst du nicht... Ey, ich willst die Sona! Ich will die Sona! Hahaha! Oh, Leute, was macht das viel schwer? Das kommt her, Mann! Ja, ich komm, ja! Oh, ja! Heimlinger ist fast tot! Mach mal Run auf ihn! Ich bin dabei, du! Jetzt geh auf ihn raus! Jetzt! Wirst du denn noch? Naja, doch! Vielleicht schon! Bestand, ey! Oh, nice! Hallo! Xinschau! Pass auf! Pass auf! Ah, Twitch hier! Mach ich einmal Pupser und dann ist der weg! Ja, der macht dich mit deinem Schlag weg! Na, wenn ich ihn seh' dann!